Ich habe so einen kleinen Kurztrip gemacht nach Prag, Ost-Europa, und mir ist da aufgefallen, dass da ganz viele Touristen fallen in der Stadt. Und wie viele bist du getappt? Also ich habe versucht, in wenige zu tappen, aber was da einem wirklich hinterhergeworfen wird, sind diese Baumstriezel. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Baumstriezel. Das ist dieses Gebäck, was einfach zuckrig ist und das kann man dann, das heißt glaube ich auch... Ist das wie Baumkuchen? Ist es wie... Nee, Baumkuchen ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, das ist so dieses runde... Das gibt es auch im Weihnachtsmarkt, ne? Genau, das wird dann irgendwie über so ein Feuer, wird das so ein bisschen knustig. Ah, ist ein bisschen dünner. Genau, habt ihr das schon mal gegessen? Nee, aber es sieht aus, als wäre etwas, was ich essen möchte. Außer es wäre es mit Zimt. Du kannst da drin auch Eis reintun. Okay, top, gewonnen. Also Prag ist die Stadt der Baumstriezel und da wird divers aufgetischt. Ja, da wird divers aufgetischt und es war wirklich wie so ein Parcours von so Baumstriezel. Läden und es wurde dann auch immer teurer, je näher so in den Stadtkern so vorgedrungen warst. Und ich habe mich gefragt, was so das Deutsche wäre. Also was ist so dieses eine Gericht, was so richtig ausgereizt werden würde, was man dann so hinterhergeworfen bekommt. Wahrscheinlich Currywurst. Oh ja, oh. Aber... Auf die Jahreszahl dann, ne? Also ich glaube halt so, was wir Aachener Printen, so ein Kram zur Weihnachtszeit, kriegst du in Deutschland, glaube ich, auch hinterhergeschmissen. Ja, aber ich finde alles in so Touristätten, so über 5 Euro sollte verboten sein. Also ich finde wirklich dann jedes Mal... Ja, Inflation macht es nicht besser. Genau, und Umrechnung, also da war es bei mir dann auch schon vorbei, weil da bezahlt man ja mit tschechischen Kronen. Und das ist dann ganz tückisch, wenn du dann nicht weißt, okay... Was habe ich gerade eigentlich ausgedrückt? Genau, was soll ich sagen? Also irgendwas mit 230, aber ja, dann rechne das mal um. Ja, das ist irgendwas schwierig. Kannst du, ne? Nein, kann ich nicht. Ich weiß, ich kenne den Umrechnungssatz nicht. Aber damit warst du in der Stadt, wo Triple X mal gespielt hat. Aber ich habe gerade mal geguckt, was so in Prag gespielt hat. Und war das nicht so ein Ding in Avengers, dass Black Widow so, die Sache in Prag damals... Ja, kann sein. So, dass es so ein Ding ist. Da hat sich schon auch alles ihr Geld für Striets ausgeben. Genau, das ist alles einzeln. Ja, kann gut sein. Wahrscheinlich war sie dann einmal abgezogen worden von irgendwie so einem Künstler oder sowas auf der Straße. Ich muss schon sagen, ich finde auch dann in diesen Touri-Hotspots, ich bin auch dagegen, wenn man sagt, ja, ich gehe nicht auf den Eiffelturm, weil ich setze mich irgendwie mit einem Baguette an die Seine und bin so ganz antitouristisch. Das fühle ich auch nicht. Weil ich finde, man muss dann so einen guten Mittelweg finden. Und ich will ja auch die ganzen Sachen sehen, die so krass sind. Also ich will ja auch auf die Karlsbrücke. Aber bist du dann aus einem Touri-Mode oder bist du so, naja, ich versuche wie ein Local rüber zu kommen? Also ich mache mir nichts vor. Ich bin auf jeden Fall, man sieht, dass ich Touri bin. Ja, Socken in den Sandalen. Nein, also ich weiß nicht, ich finde, wenn man eine Kamera dabei hat, ich hatte halt eine Kamera dabei. Die hatte mir tatsächlich Marius mal gegeben. Ja, sie kam zu meinem. Ja, ich habe ganz viele Fotos gemacht, analog. Und bin voll gespannt. Wahrscheinlich alle nichts geworden. Überall habe ich den Daumen drauf. Nein, aber. Das ist schwer bei dir. Ja, das ist tatsächlich schwer. Aber Verschwörungstheorie. Du hast gerade gesagt, wenn Diesel Triple X, Baumstriezel, wenn Diesel spricht Groot, ein Baumwesen, ein Baumstriezel, Striezel, X, okay, der Kreis schließt sich. Das ist das Striezel-Dreieck. Okay, wow. Das ist eine. Das Prager Dreieck ist damit geschlossen. Ganz ehrlich, das ist eine Kombination, die ich in meinem Leben niemals gemacht hatte. Aber. Guck mal. Go. Ja. Go. Go. Ich glaube, das meinte sie, Black Widow. Ja, ich glaube auch. Und was meinen wir eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht es um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Prag steht noch, aber wer weiß, wie lange noch. Denn in diesem... Oh Gott. Oh Gott, dass sie nochmal da war. Das ging wie eine Kriegserklärung von mir. Das war gerade, das sagst du vor. Anni, erklärt den Krieg. Welche Bombe hast du gebaut? Ähm, nee, es geht tatsächlich um die Zerstörung der Welt in Film und Fernsehen. Darum soll es heute gehen. Das wird unser ganz großes Thema, denn diese Woche startet eine riesige Serie, die entweder ein Totalausfall oder ein total genialer Einfall wird. Ähm, und wir haben natürlich noch weitere Wochenstarts. Aber wir reden über Filme, in denen es um Postapokalypse, Endzeitstimmung und alles mögliche geht. Aber mit guter Laune. Mit guter Laune natürlich. Mit guter Laune behandeln wir dieses Thema. Und da möchte ich erstmal so sagen, wir müssen das Ganze mal ein bisschen differenzieren. Worüber reden wir da jetzt genau? Reden wir über Katastrophenfilme, wo die Erde wirklich untergeht? Oder reden wir über Postapokalypse? Also alles, was danach stattgefunden hat. Und auch noch ein bisschen Dystopien. Also Szenarien, in denen sehr wieder Regierungen herrschen und irgendwie sehr brutales Zeug abgeht. Also ich finde, wir können alles nochmal ein bisschen abdecken und das werden wir wahrscheinlich auch tun, oder? Ja. Also ich meine, die Definition von Endzeit ist ja eigentlich, etwas geht zu Ende, die Zivilisation der Erde. Seid wir in der Endzeit? Oh. Hm. Ja. Lass uns mal nicht mehr darüber reden. Ich glaube, das könnte deprimierend werden. Witzigerweise im Moment, dass ich mir gerade gucke, was in den Filmstarts, das passt nämlich ganz gut zu einem der Filmstarts, die wir heute haben. Also zu zweien dann eigentlich. Später. Das ist ein guter T-Sag. Alter Schwede, die Filmstarts, Alter, was wir heute haben, ey. Das ist aber später dazu mehr. Der Wahnsinn. Cool tolle Filme. Krass, krass. Aber wenn ihr Endzeitstimmungen hört, an wann, was wäre der erste Film oder die erste Serie, die euch so in den Kopf... Fallout. Ja, außer Fallout. Das reden wir später drüber. Ich habe, wir haben tatsächlich schon vor x Jahren mal ein Special gemacht zu ganz vielen Tipps zu Apokalypse-Filmen und da habe ich natürlich mir ein paar ausgepickt nochmal, weil ich das Video auch gemacht habe. Ich habe das Video auch gemacht. Die Filme gibt es immer noch. Ganz witzig, ich fange an mit dem Film. A Boy and a Stalk. Der ist von 1975 und spielt in einer weirden Post-Apokalypse. Er ist ein bisschen... Könnte auch I Am Legend sein. Nee, fast ist es ein bisschen sexistisch teilweise. Und den du pinst du jetzt? Nein, der ist in sich schon... Verrückterweise, er spielt im Jahre 2024. Oh, wow. Right now! Okay. Ist es vielleicht Alper, der da rumläuft. Mit Alfie. Okay. Worum geht es denn? Es geht um diesen Dude, der von Don Johnson gespielt wird und der hat einen Begleiter, seinen Hund und der kann ihn reden hören quasi. Also, die können kommunizieren miteinander. Hört man den Hund dann auch im Film reden? Ja, genau. Und die sind in dieser weirden Post-Apokalypse-Welt, wo alle natürlich irgendwie super egoistisch sind, weil es geht natürlich darum, Vorräte zu besorgen und sich halt auch Sex zu besorgen und sowas. Und dann kommt er halt in so eine unterirdische Gesellschaft, die sich da eingenistet hat und das sind ganz weirde Leute und Fallout, die Spiele haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen davon inspirieren lassen und auch so ein bisschen Bioshock, so was so die Weirdness angeht, so mit, die Leute malen sich ganz weird an, verkleiden sich ganz komisch, verhalten sich ganz seltsam. Also, es ist schon ein sehr spezieller Film, aber ein sehr interessanter, der in Apostol-Apokalypse spielt. Okay, also, aber den alles so ein bisschen Einordnung genießen. Ja. So, zeitliche Einordnung. Der spielt halt jetzt, ne? Also, it's right now. Ich finde es immer so ganz lustig, wenn irgendwie aus den 70ern, 60ern diese Post-Apokalypse oder irgendwie Dystopien immer so jetzt spielen oder wie Leute sich vorgestellt haben, wie jetzt unsere Technik, der Stand der Technik ist. Ja. Ja, das ist dann schon wild. Ich meine, Blade Runner ist auch schon vorbei, ne? Es ist gelaufen. 2001, also wir waren schon lange, lange weg. Ja. Und 12 Monkeys auch, oder? 12 Monkeys war auch irgendwann Anfang 2000, oder? Ja? Also, ja, ja, nicht so lang her. Aber da haben wir jetzt auch schon ein paar genannt. Ja, das war ja, ne? Ist auch 2015 gelesen. 12 Monkeys, also finde ich auch, ist einer der Filme, die mir immer in den Kopf kommen, wenn ich über so Endzeit-Stimmungen, weil ich finde, ich verbinde mit Endzeit auch immer sowas, also Assoziationen jetzt, das steht nur beschrieben, irgendwie so karge Städte, die dann irgendwie wieder, wo die Natur sich das so ein bisschen zurückholt, also so ähnlich wie bei The Last of Us. Und ich finde, bei 12 Monkeys ist das ja so ein bisschen ähnliche Ästhetik, also wirklich die Tierwelt holt sich so die Welt zurück. Finde ich auch eigentlich immer, habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, aber finde ich auch immer noch so einen stabilen Film. Der ist super. Ich habe den super oft gesehen irgendwie. Ich glaube, der war gefühlt immer im Fernsehen. Ja, genau. Aber ich finde den großartig. Ja, ich finde auch, zu wenig leider. Ich muss den nochmal gucken. Ich weiß kaum noch, aber ich kann mich noch an so einzelne Szenen erinnern, wo ich damals auch wirklich so, vielleicht war es sogar mein erster Kontakt mit so Endzeit-Filmen, kann sogar sein. Und dein erster Kontakt mit Brad Pitt? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ich habe Benjamin Button, habe ich vorher noch gesehen. Okay, oh. Ist ja auch eine gewisse Zeit ein Endzeit-Film. Auch wieder, ja. War andersrum. Was ist bei dir, Lenny? Also, was ist so einer der ersten Filme? Also, ich finde, bei Endzeit-Filmen müssen wir, dürfen wir nicht an WALL-E vorbeigehen. Ah, stimmt. Weil WALL-E ist halt so... Der cutesteste Endzeit-Film, glaube ich. Ja, der traurigste Endzeit-Film, glaube ich. Vielleicht doch. Nicht der traurigste. Okay, gut, dann hast du noch traurigste. Da hat Marius noch ein paar 70er Jahre Perlen im Petto. Nee, aber ich finde... 80er, 80er. Ich finde, WALL-E ist so eine sehr perfekte Endzeit-Film. Lieb ich auch sehr. Eine perfekte Endzeit-Film. Aber es ist ja auch der absolute Endzeit-Film, weil es gibt ja keine Menschen mehr. Also, die sind ja alle weg, die sind weg, die sind gone. Die kommen ja wieder zurück. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Ende der Zeit, es ist eine Neuzeit. Es ist eine Neuzeit, ja. Die, die da anbricht. Aber nee, ich finde, WALL-E ist immer sehr schön. Ja, würde ich dir zustimmen. Ich finde auch, das ist einer der Filme, wo das Konzept sehr oft, glaube ich, auch kopiert wird. Weil ich finde auch so eine... Haben wir nicht noch letztens darüber geredet, der neue Dreamworks-Film. Hier dieser Wild-Robot. Genau, der auch so... Ich finde, das klingt so ähnlich, sogar vom Prinzip her. Und ja, finde ich auch sehr, sehr toll. Was ich auch immer, wo ich immer dran denke, ist so Mad Max natürlich. Natürlich, den habe ich an dir. Ja, 79. Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, finde ich auch Action-Filme. Also, klar, es ist nur irgendwie... Fury Road, ja, ja. Nicht der Originale. Wie bitte? Nicht der Originale? Nee, nee, ich finde, Fury Road hat für mich dann auch von dem Visuellen her, einfach, weil es so an die modernen Standards und sowas angepasst ist. Einen besonderen Stellenwert. Genau, ich finde, die Cinematografie ist krass. Ich mag auch einfach das generelle Worldbuilding, würde ich sagen, von Mad Max, dass es so mit diesen viel auch auf Ressourcen und sowas abspielt und die Knappheit davon. Also, ich meine, das ist ja ein Element, was es häufig gibt. Ob es jetzt bei Dune ist im Sci-Fi-Bereich oder in anderen Endzeit-Filmen. Wobei ich mich bei Mad Max immer gefragt habe, also der Original ist ja von 79, von George Miller. Der war ja so relativ low budget und das sieht man ja ein bisschen an. Ich habe ja beim ersten gesehen ein bisschen Mehrwert. Ich wollte mehr Verrückte, Post-Apokalypse sehen, so mit Mutierten und sowas, ein bisschen was. Und das ist ja relativ grounded eigentlich. Aber ich habe mir gefragt, okay, Ressourcen-Knappheit, aber wie viel Benzin hat Australien denn bitte? Weil die ballern da raus, die fahren mit den fettesten Autos und racen richtig rum. Also, die haben ja schon noch überall sehr viel Sprit rumliegen. Dieses Jahr kommt Furiosa. Ja, ich bin gespannt. Der zweite Trailer hat mir schon besser gefallen als der erste. Weil der erste, das sah alles sehr künstlich aus. Und wie du gesagt hast, also Mad Max, Fury Road, der lebt ja von seiner Inszenierung auch davon, dass da anteilmäßig wenig CGI drin ist. Der kann nicht ganz drauf verzichten, aber die Kisten, da fahren zum Großteil halt wirklich. Und ich finde, in Furiosa, in dem Trailer zumindest, das sieht sehr nach CGI-Fahrzeugen aus teilweise. Ja. Ich meine, was ich mir so ein bisschen erhoffe, ist, weil es ja auch schon gesagt wurde, dass Mad Max ist ja eigentlich auch nur eine, also von der Handlung her passiert sehr wenig. Es ist eigentlich nur so eine glorifizierte Verfolgungsjagd eigentlich den ganzen Film über. Es reicht. Es reicht komplett, weil er einfach so geil aussieht. Ich habe so ein Gefühl, dass Furiosa, weil sie ja, also wurde schon in Interviews ja gesagt, mehr auf so das Worldbuilding eingehen wollen in dem Film. Und dass der Film generell gesetzter sein soll. Es geht vielleicht auch auf jeden Fall mehr um die Figur Furiosa. Und vielleicht ist dann so das Visuelle zweitrangiger. Aber ich finde, wenn man halt so einen Mad Max-Film macht und dann jetzt auch als Antwort auf den Mad Max-Fury Road, dann, ja. Ich finde, dann hat man hohe Erwartungen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man dann sich jetzt also zwanghaft eine Welt darum gestaltet und eigentlich das Geniale davon ist, dass es eher so minimalistisch ist und gar nicht so viel erklärt wird. Es ist auch dieses Show-Don't-Tell. Ich finde, das hat bei Mad Max-Film so gut funktioniert, weil du einfach von so ein, zwei Szenen schon dir was erschließen konntest, irgendwie über diesen Kult und irgendwie über die Figur. Genau, ich glaube, du könntest nur enttäuscht werden, wenn du jetzt zu viel über die Entstehung dieses Kultes wüsstest. Ich hätte jetzt tatsächlich kein Prequel gebraucht. Weil man weiß halt durch Full Road so, was mit der Figur passiert, was nicht mit ihr passiert. Und so die Message ist, hey, finde dein Zuhause. Und so, nope. Ja. Won't happen. Das finde ich ein bisschen langweilig, weil, also, wir haben ja den Film alle nicht gesehen, aber kann natürlich richtig geil werden. Aber ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht, hätte ich jetzt die Wahl gehabt. Was serviert ihr mir aus dem Mad Max-Universum? Kann ich nachvollziehen. Ich bin immer noch gespannt, was auch Anya Taylor-Joy damit so machen wird mit der Figur. Aber ja, ich finde auch so, der zweite Trailer war besser als der erste. Aber mal gucken. Habt ihr noch so Endzeit-Stimmungsfilme, die bei euch auf der Top-Liste stehen? Ja, ich hab einen Film dabei, der es tatsächlich nicht ins Kino geschafft hat. Der ist aus dem Jahr 1984 und wurde produziert von der BBC. Und der heißt Fretz. Und es geht um die Auswirkungen eines Atomschlags auf England, genau gesagt auf die Stadt Sheffield. Und das ist richtiges Nightmare-Fuel. Also, weil das realistisch zeigt, was Atombomben anrichten innerhalb der Bevölkerung mit den Menschen. Und es zeigt so einen Zeitraum von kurz vor der Detonation einer Atombombe bis zehn Jahre danach, was so mit Leuten passiert und welche Auswirkungen das hat. Und das ist natürlich so in den Hochzeiten des Kalten Krieges Mitte der 80er, wo natürlich eine atomare Bedrohung immer irgendwie im Raum stand. Und ich glaube, das ist damals auch richtig eingeschlagen. Man kann diesen Film leider, glaube ich, gar nicht so gut. Also, es ist sehr teuer, den zu bekommen. DVD oder Blu-ray. Ich glaube, Blu-ray glaube ich auch gar nicht, bin ich sicher. Ich konnte ihn aber einmal komplett sehen. Und das ist wirklich sehr albtraumhaft. Also, auch was, wie die Leute sich verhalten danach. Und es geht natürlich auch um Ressourcen. Wie kriegen wir was zu essen? Natürlich bricht so ein Überlebensinstinkt bei den Leuten aus und Ellbogen raus. Und das ist nicht nur die Ellbogen. Und das ist schon richtig heftiges Zeug. Also, für alle, die Tschernobyl mochten. Ja, der hat aber noch so diesen dreckigen 80er-Look dabei. Also, so Großbritannien, also England. Diesen Look und so leichte Fernsehvibes, aber nicht so ugly, sondern es ist schon eine gute Produktion. Und ich finde, das hat halt, dadurch hat nochmal so eine Authentizität. Also, weil es halt genau da spielt, wann dieser Film produziert worden ist. Und das ist schon so. Das klingt total spannend. Voll. Und ich würde direkt mal ein bisschen einhaken, denn es klingt an einem ähnlichen Projekt, das sich Denis Villeneuve auch bald annehmen wird. Denn Dune 3 wird kommen. Aber, nicht nur das, Denis Villeneuve wird auch endlich mal wieder was anderes machen, außer diesen Sandplaneten, den ich langsam gefühlt nicht mehr sehen kann. Aber ist trotzdem immer natürlich spannend. Aber er wird sich den Film Nuclear War Scenario widmen. Das ist eine Roman-, also keine Romanadaption, sondern eine Buchadaption. Und das ist ein Non-Fiction-Werk, in dem es darum geht, die Eventualitäten eines Atomkrieges zu durchleuchten. Und darin kommen auch ExpertInnen zu Wort. Und Denis Villeneuve wird jetzt in diesem Film eine fiktive Version davon verfilmen. Und das klingt auch sehr spannend und auch mal so ein bisschen düstere Szenario. Ich glaube, gerade mit der Ästhetik, die Denis Villeneuve immer so seinen Film umsetzt, ich glaube, das kann ziemlich krasses Zeug werden dann. Ich glaube auch. Ich habe auch das Gefühl, alles, was er jetzt gerade danach machen wird, nach Dune, also ich habe schon das Gefühl, er hat so diesen Bonus gerade, weil er so diesen riesigen Epos dahin gelegt hat gerade. Und ich weiß nicht, ich finde auch, er meint ja auch mal, er will jetzt erst mal eine Pause machen. Nein, verboten. Nein, nein, also von Dune. Ach so, genau. Bitte bau alle Sci-Fi-Sachen nochmal neu auf, die scheiße waren vorher. Das hat er auch gesagt, er hat ja so gesagt, ja, ich möchte es, wenn, dann nur machen, wenn Dune 3 besser wäre als Teil 2. Aber anscheinend ist Dune jetzt so erfolgreich gewesen, dass er gedacht hat, vielleicht mach ich es doch nochmal. Das ist immer so dieses Geld, das zieht sie alle dann nochmal zurück an den Schneidetisch. Das Geld zieht sie alle, selbst Denis Villeneuve und alle anderen. Dann würde ich auch gerne noch mehr sehen. Also die verrückten Sachen, das Dune würde ich dann gerne sehen. Ich meine, Dune 3 ist ja auch ein bisschen verrückter. Ja, aber dann wird es ja noch verrückter. Das stimmt. Das würde ich halt gerne sehen. Mal gucken, was er draus macht und wann es kommt. Aber kriegt das Geld vielleicht auch jedes Mal unseren geliebten Roland Emmerich, der ja auch gewisse Endzeitstimmungen bzw. Katastrophenfilme immer beinhaltet. Also thematisiert und umsetzt. Und ja, ich finde Roland Emmerich ist immer so ein Aushängeschild, wenn es um sowas geht. Zumindest Weltzerstörung, Inszenierung nicht unbedingt. Ein sehr ausgeleiertes Aushängeschild. Ja, voll. Auch irgendwie qualitativ nicht immer gut. Also größtenteils nicht gut würde ich so etwas sagen. Mutvoll, aber halt auch einfach kacke. Also das kann man jetzt hier auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Den habe ich mir gespart nach diesen ganzen kritischen Kritiken. Das ist auch einfach wirklich diese 0815-Geschichte einfach nochmal tausendmal aufgerollt. Also ich habe wirklich das Gefühl, Roland Emmerich-Filme funktionieren einfach gleich seit 20 Jahren. Ja, das ist einer dieser Filme, wo der Titel einfach die ganze Story beschreibt, oder? Definitiv. Also da passiert auch nicht sehr viel. Also es geht darum, dass der Mond auf die Erde knallt. Genau, ja, so ist das. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe mir eine kleine Vergangenheit mit Roland Emmerich, weil ich war immer komisch, wirklich übertrieben komisch fixiert auf 2012. Ja, aber wegen dieses Ereignisses. Genau. Man hatte Angst, es ist wirklich... Voll, und ich habe aber auch so diesen Film so oft gesehen. Ich hatte den auf DVD und ich habe den mega oft gesehen. Ich weiß nicht, wieso. John Cusack in der Rolle. Ich weiß nicht, es hat ja dann was gegeben. Das hat irgendwas mit mir gemacht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch einfach Angst vor Weltuntergang. Aber so gut. Ich habe den Film irgendwann dann nochmal gerewatcht. Jahre später. So gut war der ja gar nicht. Aber ich war früher dann so, wow, 2012. Das war schon krass mit den Archen. Und dann müssen die Leute da retten. Und dann sind nicht alle in die Arche reingekommen. Ich war so genervt. Ich war so genervt von diesem fehlgeleiteten Kalender. Oh mein Gott, nein, nein, Leute, nein. Ich war so genervt, dann habe ich mir diesen Film nicht angeguckt. Ja, okay. Hast du das heute nicht geguckt? Nee, ich habe auch keinen Bock, mir den anzuschauen. Weil, wie schon gesagt, die Roland Emmerich-Formel, ich fand halt Independence Day. Das war noch, man, der schlägt ja noch ein bisschen in die andere Richtung aus. Der geht die Welt mal ein bisschen anders unter, nämlich durch Aliens, klar. Ist jetzt auch gerade eine neue Erfindung. Aber ist jetzt nicht so 2012-mäßig. Und was hat er? The Day After Tomorrow ist ja das mit dem Eis. The Day After Tomorrow habe ich damals geguckt, weil es damals auch so, okay, das ist ja vielleicht so ein Film, wo die Leute so wachgerüttelt werden, was so Klima angeht. Ja, aber ich finde, es liegt irgendwie auch ... War ganz okay inszeniert, aber jetzt auch nicht der Über ... Also, es geht immer zu gut aus bei Emmerich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es 2012 ausgeht, aber ... Diese Helden, die dann am Ende so wegen ihrer moralisch guten Seite irgendwie alle retten. Also, ich finde, es ist dann nie so dieses große Ganze, oder dass du mal so eine gewagte Aussage triffst, irgendwie, was die Ursache ist für all das Übel oder so Systeme, sondern es sind immer so Menschen, also Einzelne, und dann ist es immer so am Ende so, ah ja, ist am Ende doch die Wichtigen schaffen es halt. Ja, ist klar. Ich habe mich bei The Day After Tomorrow immer gefragt, gibt es so eine Szene, da sind die irgendwie, ich weiß nicht in welcher Stadt, New York, glaube ich, in einer Bibliothek eingeschneit und müssen sich halt irgendwie wärmen und dann fangen die halt an, kostbarste Bücher zu verbrennen und dann zum Bibliothekern so, nein, nein, bloß nicht. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, weil ich im Film saß, denke ich auch so, oh nein, oh nein, don't burn the books, so. Gott, Leute, die sind mehr wert als eure dreckigen Filmleben. Es tut schon weh, das anzusehen, klar. Aber ich habe gefragt, wie würde ich entscheiden? Ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Wenn jemand deine Comics-Ammlung anzunehmen würde, würdest du es erlauben? Würdest du es machen? Boah, wenn ich selber erfrieren würde. Ja. Nein, Quatsch, ich habe keinen, ja, wahrscheinlich natürlich schon, aber damals im Kino, wann war das, das ist ja schon ewig her, dachte ich mir so, oh nein. Ja, aber. Ja, das tut schon weh. Das spricht aber eher dafür, dass ich mich jetzt nicht so um diese Personen im Film gesorgt habe, dass mir die eher scheißegal waren. Das hat ja nichts mit echten Menschen zu tun. Figuren da auch. Figuren da auch. Figuren da auch eher so, na, weiß ich nicht. Jake Gyllenhaal, ne? Ja, Jake Gyllenhaal, das war 2004, ist der Film noch rausgekommen, oder? Kann das sein? 2004. Was denn jetzt? The Day of Tomorrow. Ja, ich glaube schon, aber ich finde auch bei Roland Emmerich ist es immer so, wir haben zwar nur ein Naturphänomen, das die Welt zerstört, aber es wird niemals hinterfragt, okay, sind wir dran schuld oder so, sondern es ist immer so, oh okay, das passiert jetzt einfach und richtig aufschlüsseln und kritisieren tun wir nix. Genau, es ist nur dieses Spektakel, dieses Spektakel und nicht so dieses so philosophische. Genau, genau. Ich habe hier noch einen Film, den man mit The Day of Tomorrow leicht verwechseln könnte, der heißt nämlich The Day After. Oh. Ah, krass. Und wir bleiben im Fernsehbereich. The Day After und The Day After Tomorrow. Ja, genau. Das ist The Day After und es ist ebenfalls. Ist halt immer das eine Frage, die ich da drast. Ich stelle so eine Oder-Frage, das ist so, genau. Ja, das ist so. Ich habe dir gar nicht zugekommen. Ja, natürlich nicht. Nein, bitte stell die Frage noch mal. Nee, ist okay. Bitte noch mal. Nee, ist okay. Ich habe schon so im Film erst erzählt. Ist der Film so gut? Wer jetzt? The Day After. Oder The Day After Tomorrow. Ich weiß es ja nicht. The Day After ist... Also The Day After, nicht The Day After Tomorrow. Was ist dieses Gespräch? Ich weiß es auch nicht. Also ist es jetzt... Jetzt geht es um The Day After. Tomorrow. Nein. The Day After... The Day After Tomorrow. Der Film heißt The Day After. Okay. Und jetzt nie zu wechseln mit The Day After Tomorrow. Okay. Das ist von Roland Emmerich. The Day After. Sorry für diesen... Alles gut. Kurz brain-off. Das war für mich die achte Stunde. Ist ebenfalls eine TV-Verfilmung. Aber diesmal aus den USA. Aus dem Jahr 83. Und es geht auch um einen Atombombeneinschlag. Diesmal in Kansas. Also Dorothy. Rip. Und auch hier die Auswirkungen auf die Bevölkerung und sowas. Und ist nicht ganz so krass wie Freds. Ah ja, this is not Kansas anymore. Ähm, aber halt auch die... Ja, geht auch so ein bisschen um die Auswirkungen auf die Bevölkerung und sowas. Ich glaube, das war halt so damals auch zu zeigen, ey, das ist eine krasse Bedrohung. Das wird uns alle irgendwie beeinflussen, wenn das passieren soll. Das ist nicht so mal eben, fällt irgendwo eine andere Bombe, sondern Atombombe. Schon was Krasseres. Aber auch relativ beeindruckend. Und also alle diese realistischen Szenarien. Also da kann sich Roland Emmerich halt so eine kleine Scheibe von abschneiden. Finde ich schon mal sehr bedrückend anzuschauen. Wie sich das auswirkt auf normale Leute. Du meinst, ja, ja, okay. Also so Alltag. Also du meinst die Schicksale da. Genau, so Alltag ist jetzt nicht so, keine Ahnung. Es sind ja immer irgendwelche bei anderen Filmen irgendwelche krassen Leute. Ja, irgendwelche Leute beim Militär oder Politiker. Wissenschaftlerinnen. Oder Superhelden, Superheldinnen. Genau sowas. Und hier sind es halt irgendwie so, ja, der Arzt von dem an. Und verdammt, jetzt muss der halt mit Leuten mit Strahlenkrankheit umgehen können und sowas. Das ist schon eine Nummer, ja. Ich kriege diese Bilder tatsächlich auch nicht mehr aus dem Kopf aus Tschernobyl. Also so, oder Tschernobyl. Immer betone ich das anders. Und hoffe, dass es eines von beiden richtig ist. Genau, weil ich finde, das sind auch Tschernobyl. Das ist Tschernobyl. Sagen wir Experten, ja. Ich kriege das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, diese Bilder, wo Leute an Strahlenkrankheit leiden. Ich weiß nicht. Das sind so, kennt ihr diese drei Horrorbilder, die immer wieder in euren Köpfen, wenn man abends nicht einschlafen kann? Aber das Make-up war da ja auch einfach unfassbar gut. Ja, das war krass. Ja, und auch die Storyline mit dieser schwangeren Frau. Ja. Uff. So, das können wir auch noch mit reinbringen. Ich hätte mir auch noch so ein bisschen Zombie-Fermen, beziehungsweise Infizierte, wenn wir auch noch The Last of Us mit reinbringen, weil die dürfen wir auf gar keinen Fall Zombies nennen. Das ist jedes Mal so, wenn man irgendwie in The Last of Us von Zombies redet, wirklich die Menschheit geht auf einen zu und sagt, das sind keine Zombies, das sind Infizierte. Das ist wie bei 28 Days und 28 Weeks Later auch. Das sind auch keine Zombies. Das sind wütende. Genau, ansonsten wird man getötet. Ansonsten wird man getötet. Deswegen reden wir über Personen, die andere Personen verfolgen und ein bisschen wahnsinnig sind. Und infiziert. Richtig. Und eventuell infiziert, vielleicht Zombie. Vielleicht auch nicht. Ich habe nur wütend. Infiziert von der Pilzpfanne auf dem Weihnachtsmarkt. Vom Baumstriezel. Vom Striezel. Vom Baumstriezel. Vom Baumstriezel. Vom Baumstriezel. Ja, ja. Post-Opalypse und Winn-Diesel als Baumstriezel-Monster rum, auf dich zugelaufen. Ganz ehrlich, meine Post-Opalypse wäre, wenn es nur noch so diese Striezelläden überall gäbe und du müsstest dich davon ernähren und müsstest 10 Euro pro Striezel bezahlen. Ja, aber ich glaube auch in der Post-Opalypse kosten die doch mehr. Wahrscheinlich. Inflation einfach, 100 Euro, ein Striezel. Kürst ein paar Kronkorken. Kronkorken, ja. Dagegen kommen wir später hin. Okay, hau deine Zombie-Filme raus. Meine Zombie-Filme, ähm, zombieartige Filme. Ähm, also ich habe natürlich ja, also The Last of Us würde ich auf jeden Fall noch mit reinbringen, weil das ja so die aktuelle Serie ist und ich freue mich auf die nächste Staffel. Ähm, 28 Days Later. Mhm. Was finde ich besser, Weeks oder Days? Days. Days. Aber der sieht auch wirklich aus, als ob er, der Film sieht aus, als ob er auf einer Kartoffel aufgenommen wurde. Das war einer der ersten Digitalen. Der sieht wirklich so unfassbar hässlich aus. Gibt es aber auch, glaube ich, gibt es den überhaupt auf Blu-Ray? Irgendwas war da. Ich weiß es nicht genau. Den gibt es auf Blu-Ray, aber der sieht wirklich echt ranzig aus. Also der sieht furchtbar aus. Also Cillian Murphy sieht fantastisch aus in diesem Film. Aber, ähm, trotzdem, also die Qualität der Aufnahme ist nicht so gut. Der Film an sich ist aber großartig. Der Film an sich ist toll. Also, also wirklich, das kann ich... Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch noch auf deiner Liste hast, aber was mit Train to Busan? Das finde ich jetzt auch einer meiner Lieblings-Zombie-Filme, ne? Gut, dann dürfen wir ja so die ganzen Klassiker nicht vergessen. Night of the Living Dead. Day of the Dead. Oh, Dawn of the Dead. Nee, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead auch im Remake von, ähm... Zack Snyder. Zack Snyder ist auch gut, aber Original ist auch großartig. Ja. Und, äh... Noch nie gesehen, was? Nee, doch, das Original habe ich gesehen. Und Original? Remake, äh, habe ich nie, ne? Remake, Schmiemake. Schmiemake ist tatsächlich überraschend gut, also... Ja, okay. Einzig gute... Nee, stimmt, der hat Watchmen gemacht, er hat Watchmen gemacht. Aber er hat auch einen anderen schlechten Zombie-Film gemacht. Army of the Dead. Army of the Dead ist nicht so gut. Genau, deswegen habe ich gerade das Gag Army of the Dead gemacht. Ach so. Ja. Um hier ein bisschen Zack Snyder, äh, nebenbei, auszuteilen. Genau, ich glaube, ich glaube, die Leute gerne dafür töten würden, wenn man, wenn man die Zombies in The Last of Us, also die Infizierten in The Last of Us Zombies nennt, sind auch die gleichen, wenn wir jetzt hier gegen Zack Snyder, äh, wettern. Weiß es nicht. Tötet uns bitte nicht. Aber 28, äh, XY später, soll da nicht auch noch 28 Years later kommen? Months. Months. Und dann kommt Years. Months, und dann kommt Years, dann kommt, was weiß ich, Jahrzehnte, Centuries, Centuries. 28 Dekaten später, das ist ja richtig lang. Oh mein Gott. Niemand kann das mehr auseinanderhalten. Niemand mehr. Aber es soll noch was kommen, oder? Ja, es kommt noch was. Ja, ich habe irgendwas auch gelesen, aber... Kommt Killy Murphy nochmal zurück. Ich hoffe. Und dann stellt sich raus, dass er ein Nachfahrer von Oppenheimer ist, und das hat was mit Atomwaffen zu tun. Boah, heute ist aber auch... Du und deine Atomwaffen. Sind eigentlich alle miteinander verbunden über... Alles ist... Alle sind über Baumstriezelwurzeln verbunden. Oh Gott. War da noch was auf deiner Liste? Aber ich habe auch noch einen... Ich habe auch noch alles. Der, okay. Nee, aber das ist nicht Zombie-Film, deswegen ist es passt jetzt nicht ganz gut. Deswegen wollte ich erst sagen, Zombie-Katalog haben wir hier geschlossen. Ja, es gibt noch Return of the Living, der ist auch ein großartiger Film. Ich glaube, das ist der, wo zum ersten Mal Brains gesagt wird. Ah. Der ist witzig, der ist cool. Gut zu wissen. Den kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Noch irgendwas? Nächste Kategorie. Okay. Das ist die Kategorie Gesellschaftskritik. Das habe ich hier einfach mal gebrandet. Nein, also einer meiner... Sorry, ich finde Army of the Dead ist Gesellschaftskritik. Stimmt. Total, total. Die Kritik ist... Ihr habt recht, ich ziehe meinen Hut vor Army of the Dead. Ibschweig-Höfer, keine Filmhut. Also einer meiner Lieblingsfilme, so vom Worldbuilding her, oder von der Idee, ist Snowpiercer. Oh ja. Bong Joon-ho. Ja, einfach, weil es da auch natürlich um so diese sehr... offensichtlich in Klassenunterschiede geht und natürlich auch, was mit armen Menschen passiert in so Szenarien, ist ja meistens sehr erschreckend, egal ob man jetzt irgendwie über Altered Carbon oder so redet. Also meistens geht es ja darum, dass dann gewisse Menschen, die ja besser gestellt sind, einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auch auf Überleben. Genau, und natürlich geht es aber auch um Erderwärmung, weil ich meine, im Endeffekt ist die Welt nur so eisig, weil man halt eben die Erderwärmung stoppen wollte. Und weiß nicht. Finde ich vom Setting her immer noch ungeschlagen. Voll. Ich weiß nicht, was in dieser Kategorie euch dann immer so ein bisschen heimsucht. Also habt ihr da noch irgendwie Filme, wo ihr sagt, wow, das ist so nah irgendwie an jetzigen Problemen vielleicht. High-Rise steckt ja in die gleiche Kerbe so ein bisschen, ist ja quasi Snowpiercer aufgerichtet, weil es spielt in einem Hochhaus, wo je höher man in der Gesellschaft steht, desto höher wohnt man, ja so ein bisschen. Den habe ich ja tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Hat jemand die Serie Snowpiercer gesehen? Das wollte ich gerade gefragt werden. Genau, ja, die Serie habe ich immer auf meiner Watchdesk gehabt, leider. Habe ich nie geguckt. Ich auch nicht. Okay, du auch nicht. Okay, dann haben wir drei. Sorry, da können wir nichts zu sagen. Aber der Film ist super. Der Film ist toll, ja. Da können wir nichts zu sagen. Da können wir eine Lanze verbrechen für den Film. Aber da kann man eigentlich auch so die mal gute alte Matrix rausholen, also enden wir alle als Batterien irgendwann mal. Da kommt jetzt auch ein neuer, ne? Ja, es kommt ein neuer. Es ist kaum noch ein Matrix. Habt ihr den vierten gesehen? Nee, den habe ich ausgelassen gekauft. Ich habe ihn gesehen. Und? Nee. Nee? Nee, du, nee. Mir wurde ja gesagt, mir wurde gemunkelt, dass das ja auch sehr Meta sein soll, weil ja dann auch über Matrix in dem Film geredet wird, oder? Ja, ja, ist es. Ja, okay. Ich habe gehört, das müsst ihr immer beantworten, dass die Generation Z sich ein bisschen lustig über Matrix macht, weil immer so, Millennials haben immer so, geil, boah, Matrix, so einer der krassesten Filme. Und wenn du die jüngere Generationen kommst und denkst, wie lächerlich laufen die Leute eigentlich darum, dass das alles so super outdated ist mit den Mänteln und den etwas zu langsamen Brillen. Also das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich auch noch. Ich muss sagen, wir haben den ersten Matrix mal auch im Filmseminar gesehen und da gab es schon ein, zwei, die auch so ein bisschen lachen mussten bei so ein, zwei Action-Szenen, aber ich fand, also ich finde schon, dass man das ja immer in dem zeitlichen Kontext lesen muss, in dem der Film rausgekommen ist. Und ich finde, also Matrix ist ja voll krass, heute noch irgendwie von der, vom CGI und vom Look und so. Ja. Also man sieht es hier und da schon, finde ich, aber trotzdem so insgesamt auch die Stimmung, die der Film so verbreitet. Voll. Definitiv. Die ist ja 25 Jahre alt. Krass. Wahnsinn, der kommt bestimmt noch ins Kino. Ja. Oh ja, den will ich auf jeden Fall nochmal im Kino sehen. Ich habe ihn damals nämlich nicht im Kino gesehen, tatsächlich. Was hattest du da zu tun? 99 kam der, ne? Ja, hast du keinen Bock drauf. 99? Was war denn 99? Ja. Ich bin geboren. Was war denn da? Ich bin direkt nach meiner Geburt, bin ich in Matrix. Ich bin direkt aus der, in der ganz baterieigen gesetzt worden. Ja, ich war da, quasi wo du warst, Marius. Du hast Keanu gesehen und war so, yes. Ja. Erst mal die rote Pindelstuck. Erst mal die rote Pindelstuck, ja. Children of Man könnte ich da auch noch irgendwie werden. Ja, Classic, Classic, ja. Klar, auch genau, Klassiker, aber ich würde auch sagen, finde ich, also ich hatte auch immer so ein bisschen was für Children of Man übrig, also mit den One-Takes-artigen Einstellungen auf jeden Fall auch eindrucksvoll, cinematografisch. Aber mir war, die religiösen Metaphern waren mir immer ein bisschen zu viel in dem Film. Ich fand eher das stärker auch mit der gesellschaftlichen, so Kritik auch zum Beispiel an so übertriebener Grenzpolitik, was da ja auch drin war. Also es geht ja grob, für alle, die es nicht gesehen haben, darum, dass seit, ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren oder sowas? Ich glaube, so eine Zeit, die man auf jeden Fall noch mitbekommt, weil es gibt ja ältere Figuren in dem Leben. Es werden seit etlichen Jahren keine Kinder mehr geboren, also Frauen werden einfach nicht schwanger. Das führt dann so zum kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft und da ist Chaos angesagt, bis dann eine Frau schwanger wird. Ja. Das ist, ja. Und sie ist die Hoffnung für die Menschheit. Aber ähnliche Kerbe, Handman's Tale. Ja. Stimmt. Weil, das habe ich angefangen zu gucken 2020 und es war sehr unangenehm, zu der Zeit sowas zu gucken, weil ich dachte, oh Gott, Gesellschaft bricht so schnell zusammen und dann sowas. Oh nein. Ja, da hatte auch Margaret Atwood auch mal gesagt, dass sie in ihrem Roman, also auf dem die Serie basiert, auch sich mal gesagt hat, sie würde nichts, über nichts eine Dystopie schreiben, was nicht sowieso schon angelegt wäre, irgendwie in der Gesellschaft. Das Zitat wird auch häufiger aus dem... Aber die Serie ist großartig. Also es geht grob darum, dass eine, ja, kann man das sagen, eine religiöse Gruppe... Ja, so eine Art Sekte, ne? Genau. Quasi in Sekte quasi an die Macht kommt in den USA und quasi Frauen werden versklavt und als Mägde bei reichen Leuten innerhalb dieser Sekte eingesetzt und die dienen auch dazu, um Kinder zu gebären und werden als Geburtsmaschinen und Haushaltsgegenstand missbraucht quasi. Ja, also da gibt es dann auch das Problem, dass viele Leute unfruchtbar sind eben. Genau, ja. Und genau, also so, ich weiß nicht mehr, wie das dann war, aber ich glaube, es gibt dann so diese Tests, die du dann der Bevölkerung auch aufoktuierst, dass du dann dir gesagt bekommst, du wirst sozusagen auserwählt als jemand, der dann eine Gebärmaschine ist. Es gab tatsächlich schon mal von Volker Schlöndorf eine Verfilmung, die Geschichte der Dienerin von 1990, habe ich noch nicht gesehen, ist aber bei weitem nicht auf dem Niveau der Serie tatsächlich. Ja, ja. Also das braucht auch mehr als einen Film, um das alles zu erzählen. Definitiv, ja. Also finde ich auch, die Serie ist sehr, sehr stark. Und Elisabeth Morse hat auch sehr großartig. Ich habe es bisher leider immer noch nicht geschaut. Tu es, aber es ist in wirklichem Downer. Okay, das stimmt. Tu, heute sind viele Filme in richtiger Downer, weil auch Children of Men ist auch ein ziemlicher Downer. Stimmt, Roland Emmerich, die sind immer Happy End, Leute. Happy Action, Happy Action. Aber hey Leute, die Laune, die wir loben, die kann uns keiner zerstören. Ich hätte noch einen Film. Ich hätte auch noch was so gesellschaftstechnisches, wo wir dann auch ein bisschen über Regierungen und so sprechen, die dann eben eine Gesellschaft nach unten fahren kann. Da würde ich auch immer noch reinbringen. Natürlich 1984. Super Film. Also der von 1984, der Film. Ja, es gab ja noch einen. Aber der ist toll. Den habe ich auch. Ja. Der ist so groß. Ja, der ist auch ein Klassiker. Und dann könnte man jetzt hier noch Die Young Adult rein mit reinbringen. Maze Runner oder auch Tribute von Panem. Tribute von Panem. Catching Fire. Toll. Always, always great. Ich habe auch noch so eine kleine Liebe für Maze Runner tatsächlich. Okay, ich war nie so ein riesiger Fan. Maze Runner ist auf jeden Fall die kleine Schwester, der kleine Bruder von Tribute von Panem. Digital auf dem Erfolg, würden wir mal sagen. Deutscher Titel, das verrückte Labyrinth. Ey, ganz ehrlich, ich würde ein das verrückte Labyrinth filmen. Das klingt auch wie so ein Vorfilm von Volker Schöndorf, irgendwie, aus 1980. Mehr Brettspielverfilmung, bitte. Ja, stimmt. Das verrückte Labyrinth als Film. Oder Cluedo. Hallo. Ich würde es mir angucken. Ja, Cluedo gibt es auch. So ein Agatha Christie. Gibt es doch. Cluedo gibt es schon. Cluedo gibt es schon, ja. Echt? Clu? Ja. Wow. Ja. Und was ist er? Der ist aus den 90ern oder 80ern noch? Ich weiß nicht. Ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen. Ich war jetzt auch nie so der Cluedo-Spieler. Okay. Aber dass tatsächlich Monopoly noch kein Film ist. Ja, aber Uno kriegt ja auch einen Film. Ja, aber früher war es immer so, als Tetris uns so angekündigt worden sind. Aber was, wie wollen die das denn machen? Und dann kommt halt die Geschichte des Spiels. Das ist irgendwie so ein Product-Placement-Film. Monopoly über so ein Haufen reiche Leute, die sich prügeln. Das könnte ich mir auch. Also ich meine, es kommt ein Sims-Film, Leute. Da haben wir auch noch ein... Ja. Das stimmt. Kann auch eine Dystopie werden. Das stimmt, ja. Ich meine, man hat ja bei Barbie gesehen, dass man auch so was machen kann. Also viel machen kann aus einem... Barbie ist ja auch rein mit einem Inside-Film. Was ist denn kein Inside-Film? Ich habe auch noch mal einen cuten Film, den ich noch reinbringen möchte. Love and Monsters mit Dylan O'Brien. Dem hole ich jetzt auch noch die Maze Runner-Fans ab. Das ist so eine Rom-Com im Dystopie-Zeitalter. In dem es darum geht, dass ein junger Mann in einer Welt voller Monster seine Liebe finden möchte. Und der ist sehr, sehr süß. Und macht einfach Spaß. Und ja, wollte ich glaube immer gesagt haben. Okay. Schön. Wer keinen Spaß möchte, kann sich gerne nochmal The Road angucken. Mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Ist eine Verfilmung von einem Roman, ebenfalls The Road, aus dem Jahr 2006. Film ist von 2009. Es geht um einen Vater und seinen Sohn, die durch die Post-Apokalypse streiften und versuchten einfach zu überleben. Und ich habe mir aufgeschrieben, das ist das Meer der Tränen. Weil das ist so heftig, was die erleben. Und der ist so sad inszeniert. Der ist wirklich heftig. Also ich habe den ja damals im Kino gesehen und keine leichte Kost. Und das Buch ist auch sehr gut, tatsächlich. Also das ist auch nicht so dick und sowas. Also das ist so eine kleine Perle. Da darf man jetzt keine krassen heroischen Aktionen erwarten, sondern es ist einfach so ... Es ist sehr, ich fand, es fühlt sich sehr realistisch an, was da passiert. Dass jetzt nichts Übernatürliches oder irgendwelche super krassen Sachen oder sehr weit weg von dem, was passiert. Sondern, hey, boah, so scheiße sind Menschen. Ja. Oh Mann. Oh Mann, Menschen. Das war ein Downer. Oh Gott. Sorry. Sorry. Oh, Wall-E ist ein toller Film. Hey. Wall-E ist toll. Ja, Wall-E ist wirklich toll. Auf Wall-E können wir uns alle einigen. Und auf Ronan Emmerich. Ja, Wall-E. Wall-E und Wall-E. Wall-E und Wall-E. Was ist denn noch so passiert? Was so passiert ist in der Filmwelt. Ja, dann lass uns doch mal über zwei Trailer reden, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Wollen wir zuerst über den anderen Triple-X-Film reden. Nämlich Maxxine. Maxxine. Der dritte Teil der Trilogie von X, die von Ty West ins Leben gerufen wurde. Gestartet mit X, dann kam ein Prequel zu X, nämlich Pearl. Und jetzt kommt der letzte Teil, der das Sequel zu X ist, nämlich Maxxine. Und ich bin sehr gehypt, weil dieser Trailer sieht verdammt gut aus. Der sieht wirklich sehr gut aus. Und ich meine, wir hatten da schon mal eine Diskussion drüber, ne? Weil X, ich war ja ein Fan davon, ich mochte den nicht so. Ich auch. Ich mochte den gar nicht. Dann haben wir alle gemeinsam Pearl gesehen. Der war auch okay. Da gab es halt ein, zwei coole Szenen, aber mehr nicht. Aber ich habe das Gefühl, Maxxine könnte der Film sein, der uns jetzt alle vereint, dass wir den alle geil finden. Der hat den 80s-Wipe. Der sieht sehr erwachsen aus, zumindest was seine Themen angeht. Und er spielt halt auch mit echten Themen. Also da geht es ja um den Night Stalker wohl. Das müsste ihm ja 85, 84 gewesen sein. Und den gab es ja wirklich, den Typen. Also der hat ja diverse Leute in den USA umgebracht. Ich glaube, also das ist auch heftiger. Also ich glaube, der hat auch Kinder haben gemacht oder sowas. Also schon übler. Gab es in American Horror Story schon mal zu sehen. In der Staffel, die 1984 heißt. Da spielt er auch eine Rolle. Das heißt, es wurde wahrscheinlich im Jahr 1984, war er unterwegs. Ja, das ging eine ganz lange Zeit, glaube ich. Also so Mitte der 80er und sowas. Da bin ich immer gespannt, was hier in dem Film daraus gemacht wird. In American Horror Story wird er halt so ein bisschen ins Übernatürliche gerückt. Wie alles in der Serie da. Bin gespannt, was die hier draus machen. Weil bei American Horror Story haben sich tatsächlich Hinterbliebene ein bisschen zu Recht vielleicht auch beschwert über die Inszenierung, über dieses, okay, wir machen jetzt so etwas Übernatürlichem, vielleicht auch ein bisschen was Coolem und sowas. Das fanden die nicht so cool. Und deswegen sind wir mal hier gespannt, wie es hier aussehen wird. Okay. Die Künstler-Schauverarbeitung. Ich bin, aber ich glaube, hier wird das alles nicht so ganz übernatürlich ablaufen im Mixing. Und was ich auch vor allem cool finde, ist die ganzen Filmanspielungen. Also dass Bates' Anwesen aus Psycho da zu sehen ist, fand ich sehr, sehr schön. Und generell sehr viele Universal-Filmsets. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ja, Maxime war ja eh eine Figur, die wir dann ja schon aus Ex kannten und die sowieso ja diesen Wunsch hatte nach diesem Old Hollywood. Also ich weiß nicht, das fand ich, war generell dieser Vibe, den ich schon immer so ein bisschen von der Figur an diesem Franchise bekommen habe, dass das sehr weiß, dass das in so einem filmischen Kontext passiert, dass man auch gerne zitiert, dass man irgendwie gerne mit so Nostalgie und einem gewissen Look spielt. Also bei Pearl war das dann ja eher so 1918 oder so, so spanische Grippe, genau. Ja, nach dem Weltkrieg, genau. Ja, das zieht sich ja so generell als roter Faden durch die drei Filme, durch so dieses eine Person, also die Hauptperson möchte halt unbedingt berühmt werden. Star werden. Ja, genau. Das brach aber aus dir raus jetzt. Hat vielleicht nicht so das unbedenkte krasse Potenzial dazu, aber hat genug, um es halt auf anderen Dingen irgendwie zu schaffen. Hier halt in dem Sinne bei Maxime halt in der Porno-Branche. Ja, aber jetzt kommt sie in die Horror-Branche. Was ja auch noch passiert ist, ist, dass die Jon Snow-Serie endlich eingestampft wurde. Endlich? Also ich meine, wir haben ja alle schon gesagt, wir haben gar keinen Bock auf diese Show. Lenny, du auch nicht, ne? Nee, kein bisschen, Leute, wirklich, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich auch unnötig, finde ich scheiße, warum machen sie es, hätten sie es machen wollen. Ich meine, die sollte ja die Geschichte weitererzählen von Jon Snow, nach den Ereignissen. Und ja, man war irgendwie sowieso schon so, wieso, wer hat danach gefragt? Niemand. Und jetzt ist, also hat Kit Harington sich geäußert, dass diese Serie anscheinend keine Handlung hat, die irgendwie nachvollziehbar war oder die sich gelohnt hätte und deswegen wurde das jetzt beiseitegelegt. Der arme Bengel, der spielt immer in Sachen mit, dann soll das irgendwie der Grundstein für was weiteres sein. Soll ja auch, Internals, da wurde ja auch der Grundstein gelegt. Ich glaube, da werden wir auch wahrscheinlich nicht mehr so viel sehen, oder? Nee. Ich weiß es nicht genau, aber... Also er hat doch auch, außer Game of Thrones, hat er richtig wenig gemacht. Ja, der hat ja noch diesen Profil-Film. Ja. Und genau, bei, ähm, hier, äh, Emilia Clarke ist das ja ähnlich, also mit Terminator, genau, und dann dieser Me Before You. Ein schlimmster Tag oder so, ist kein kleiner, wie der hieß er bei der letzten Rom-Com-Christmas. Oh Gott, ja, Last Christmas war auch richtig schlimm. Also, äh, ja, das sieht nicht so ganz gut aus für die, außer, dass Kit Harington in einem, äh, Lonely Island, äh, Kurzfilm mitgemacht hat, der sehr witzig war. Ähm. Aber an der Boot zwei. Äh, nee, Seven Days in Hell. Äh, das ist das, wo, äh, Andy Samberg, äh, gegen Kit Harington ein Tennis-Match spielt, was ewig geht. Also sieben Tage lang und das ist echt funny. Äh, kann man bei Prime sich, glaube ich, für drei Euro oder so kaufen. Okay. Mach das mal sehr funny. Ähm. Schöne Empfehlung. Ja, ähm, ja, das, das wird nicht passieren, aber Joker Foulier Adieu, ähm, äh, wird passieren. Das ist der zweite Teil von Joker und, ähm, wir haben heute darüber geredet, dass, was das denn für, warum, warum, warum nennen die denn hier Joker 2, äh, mit diesem französischen Titel Foulier Adieu. Ist bestimmt falsch ausgesprochen, ich bin so sorry. Aber, ähm, wir haben gedacht, das ist ja richtig lächerlich. Also, also, warum nennen sie es nicht einfach Joker 2? Wenn man jetzt erst sich drüber aufgeregt, wenn man so, ah, wie prätentiös. Genau. Erstmal einen französischen Titel noch ranklatschen, dann weißt du irgendwie, das wird hier Kassenschlager. Genau, aber es hat tatsächlich einen Sinn, äh, dass dieser Film so heißt. Ähm, ich hab online hier mal kurz eine, ähm, eine Definition gefunden, nämlich Foulier Adieu kommt aus dem Französischen und bedeutet Geistesstörungen zu zweit. Es kommt zu einer Übernahme von Wahnvorstellungen durch eine vormals gesunde Person, hervorgerufen durch einen, an einer Psychose erkrankten Menschen. Das heißt, dass man sich gegenseitig in, äh, eine Psychose steigern kann. Spiegelneuronen, Ballern und, äh. Üh, haben wir das vielleicht doch schon in einem Podcast? Haben wir das schon mal gesagt? Vielleicht aber auch, weil wir es heute, genau. Wenn wir es schon mal im Podcast hatten, dann entschuldigt uns. Sorry. Es tut mir leid. Ich war auf jeden Fall nicht dabei. Ja, das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir es heute schon besprochen haben. Egal. Weiß nicht, es tut uns leid. Aber auf jeden Fall ergibt es ja Vollsinn, weil beide sich, also Harley Quinn und Joker, die beide in Joker 2 vorkommen, sich gegenseitig in den Wahnsinn steigern. Und das sieht man auch schon im Trailer. Und ich muss sagen, ich hab Bock auf diesen Film. Es wird ein Musical. Es wird ein Musical. Man hat noch nicht so viel gemerkt im Trailer. Richtig. Es wird wieder verkauft als, ich nenn's mal, regulärer Film. Aber es gab wieder so ein paar Zitationen aus anderen. Unterregenschirme, Leute. Unterregenschirme. Woran denken wir da? Gibt's auch. Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber eher auch in Tendenz zum Positiven tatsächlich. Also, ich hab Bock. Also, ich frag mich generell. Also, ich mein, du hast ja schon gesagt, im Trailer sieht man noch nicht so zu 100%. Also, es gibt definitiv einige Sets, die auf Musicals hindeuten. Also, die darauf hindeuten, dass es ein Musical wird. Ich mein, es gibt eine ganze Theaterbühne. Ja. Also, die führen ja so Arkham Hotel obendrauf und sowas. Und dann agieren die auf einer Bühne. Das ist ein bisschen wie bei The Greatest Showman, finde ich. Oder Lala Land. Also, da, wo die da oben tanzen, auf diesem Dach. Richtig. Oder diese eine Kapelle da, so am Wasser wurde, dieser eine Weg hinführt. Also, ich find, es sieht produktionstechnisch richtig, richtig gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch richtig, richtig gut wird. Die letzte Einstellung in diesem Trailer ist großartig. Mit dem Spiegel. Also, mit dieser Glasscheibe. Genau. Wo sie diesen, ich will dein wahres Gesicht sehen und dann so diesen, diese gebogene Linie mit Rot malt und er quasi dann so dieses Jokergrinsen dadurch durch die Reflexion kriegt. Man muss es gesehen haben, muss es verstehen. Guckt euch den Trailer an. Aber das war schon das großes Kino. Das sieht sehr gut aus. Das gibt mir Hoffnung, weil die Fußstopfen sind schon groß. Ich mein, Joker, klar, da steckt viel King of Comedy und Taxi Driver irgendwie drin. Aber, come on, dafür, was wir sonst so kriegen im Comic-Verfilmungsbereich, außer jetzt mal The Batman und sowas abgesehen, da ist das schon eine geile Nummer gewesen, Joker. Deswegen hab ich Hoffnung für Teil zwei. Und ich bin auch, eigentlich will ich dem Film auch so gönnen, dass er gut ist, weil er sich sowas wagt. Also, ich muss sagen, ich bin schon interessiert, allein weil es sowas ganz anderes jetzt gerade ist. Und eben nicht nur genau das so versucht zu reproduzieren, was Joker gemacht hat, sondern wirklich jetzt mal dann auch sagt, okay, wir machen ein Musical und wir nehmen Lady Gaga irgendwie. Ich mein, obwohl ich sagen muss, da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann umsetzt mit Harley Quinn, weil, ich weiß nicht, ich hab schon das Gefühl, es könnte irgendwie in so einem Klischee sehr schnell, einfach die Figur verfällt sehr schnell in ein Klischee, mal gucken. Hast du House of Gucci gesehen? Ja. Weil ich hab's nicht gesehen, da hat sie auch irgendwie gesagt, boah, ich hab irgendwie tausend Jahre und spreche nur noch mit alienischem Akzent oder sowas. Ja, ja. Also, den hab ich halt nicht gesehen, auch wegen der schlechten Kritik, aber irgendwie, da hab ich dann keinen Bock mehr drauf. Und da hab ich so gedacht, okay, vielleicht sieht doch nicht so gut. Lady Gaga war nicht das größte Problem in House of Gucci. Nee, definitiv nicht. Okay. Eher Jared Leto. Ja, mochte ich. Der ist auch immer das größte Problem. Apropos Doka, da mochte ich auf jeden Fall sie in A Star Respond sehr. Ich muss auch sagen, ich find sie echt auch bisher eine gute Schauspielerin, da wo ich sie gesehen hab. Aber ich muss sagen, ich find allein die Figur ist schwer zu treffen und auch noch mal zu übertreffen oder zu neu interpretieren, find ich. Also, mal gucken. Aber ... Es ist ja auch die Frage, wie die Story erzählt wird. Also, der Trailer sagt ja, dass sie auch quasi Insassin von Arkham ist. Es gibt ja mehrere. Genau, es gibt ja auch die, wo sie seine Therapeutin ist. Genau, das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, aus keinem bestimmten Grund, aber hätte ich jetzt irgendwie gedacht. Ich find's auch gut, dass man sich da so ein bisschen kreative Freiheit lässt. Ich meine, der Arthur Flaggjoker ist ja eh auch nochmal eine komplett neue Interpretation. Deswegen find ich das eigentlich ganz cool, dass sie's so machen. Und ich bin auch generell auf die Musik gespannt, denn es wird ein Jukebox-Miracle. Das heißt, es sind bestehende Songs, die darin verwendet werden. Also, vielleicht kriegen wir dicke Titten Kartoffelsalat zu hören, wie ... Oder Angels von Robbie Williams. Angels von Robbie Williams, ja, das wär's. Das will ich sehen. Das wär's. Das wär's, wirklich. Du musst verstehen, Angels von Robbie Williams ist unser Karaoke-Song. Ja, ist unser Karaoke-Song. Der ist sehr strong. Da würde ich wirklich Geld für bezahlen. Ich auch. An den Regisseur. Aber vielleicht gibt's hier Songs von Lady Gaga zu hören. Ja, also ... Pokerface für den Joker. Oh, Pokerface. Passt ja schon irgendwie, ne? Nur Alben von Lady Gaga. Einfach ruhig gespielt in diesem ... Das wär die Bedingung, nur meine Songs. Das wär, fand ich ... Also, ich glaub aber auf jeden Fall, dass sie einen eigenen Song schreiben wird. J-J-J-J-J-J-Joker-Face. Sorry. Marius, wieso stellen die dich nicht an? Wirklich. Als Texteschreiber. Joker 3. Den hol ich mir. Aber das hab ich auch noch teilweise selten ... Also, selten kommt das vor, ne? Dass es so Musicals gibt, du als Musical-Experte, Danny. Ja. Die dann bestehende Songs nehmen, weil es ist ja auch ... Da musst du ja erst mal die Rechte kaufen und so. Ja, also, ich mein, Mama Mia ist ein einziges ... Ja. Ja, gut, aber das ist ja ... Aber das basiert ja auf den Songs von denen. Genau. Ja, deswegen, ja. Aber das ist ja auch wie es ... Ja, also, es ist häufig so eine Sache, wie zum Beispiel ... echte Musicals, wie zum Beispiel Mona Rouge. Also, die zum Beispiel hier in Köln wird das aktuell ja aufgeführt. Ist auch ein Jukebox-Musical, wo bestehende Songs dann nochmal neu gesungen werden. Und das ist eine Herangehensweise. Und ich bin mal gespannt, was sie machen. Würdest du denn sagen, dass es dann qualitativ dann in so Musical-Kreisen schon so ein bisschen so ... so beugt wird? Also, so ein bisschen so schlecht, weil ... Also, schlechter gehandhabt wird, wenn es dann bestehende Songs sind, weil du die nicht selber schreibst? Weil ich finde, an sich könnte man ja sagen, ja, gut, ne? Da fällt dann ja schon mal so künstlerisch was weg, wenn du nicht selber Songs schreibst. Das ist natürlich. Also, wenn sie sich gute Songs aussuchen, dann sind das natürlich auch ... Dann freut man sich natürlich, die auch nochmal irgendwie so zu hören. Aber ich prinzipiell finde es eigentlich immer cool, wenn man was Eigenes nochmal draus macht. Also, es macht das für mich nochmal deutlich interessanter. Kann ich auch ein bisschen. Aber ich bin gespannt. Also, es kann ja natürlich auch irgendwie sein, dass man dann Songs auch mal neu interpretiert und dann irgendwie einem anderen Ton irgendwie so gibt und ein anderes Licht drückt. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Die frische Idee, so einen guten Popsong einfach mal in Moll und langsamer zu machen. Das ist ganz frisch. Akustik? What? Krass. Krass, krass. Das ist immer ein YouTuber mit dem Akustik-Gitarren. Krass. Oder jetzt kommt die Ukulele. Genau das. Genau das. Hör ich das Somewhere Over the Rain? Ja. Oder Riptide. Oh, von der ist scheu. Oder einfach mal auf einer schönen Maultrommel auch nochmal mit dem Kaffer. Fände ich auch schön, ganz ehrlich. Oder so eine Panflöte. Oder ein Quesu. Oh Gott. Oh Gott, ja. Quesu. Oder ein Quajon. Einfach mal. Ein Joker auf so einer Quajon. Ja, mal sehen. Wann kommt der Film? Im Oktober, glaube ich, oder? Im 4. Oktober startet er in den USA. Das heißt bei uns wahrscheinlich einen Tag früher, am 3. Tag der deutschen Anna. Tag der deutschen Anna. Tag der deutschen Anna. Komm Joker. Schlägt er zurück. Krass. Ich bin noch so lange hin. Ich weiß gar nicht, was ich da für ein Mensch sein werde. Ich auch nicht. Ob ich da den Film besuche. Vielleicht wirst du der Joker bis dahin. Das stimmt. Das kann sein. Legt euch nicht mit mir an. Nee. Ja, aber legt euch am besten mal. Ich wirst doch ein Baumstrebsel. Nein. Legt euch aber am besten mal mit den Starts der Woche an. Das sind nämlich einige, die wir da haben. Unter anderem hat Marius auch schon darüber geredet in seiner Kritik. Ich habe sie alle schon gesehen. Hast du? Wow. Du hast alle auf den Starts. Alle Tipps heute schon gesehen. Richtig. Ich kann es endlich mal sagen. Wow. Endlich mal. Ein bisschen hier Overachiever auch. Wäre auch nicht nötig gewesen. An dieser Stelle. Wobei du hier mehr arbeitest als alle anderen. Weiß ich jetzt nicht. Bissere Mensch? Ich glaube ja. Aber das ist jetzt auch egal. Wir reden kurz noch über Fallout. Richtig. Die Serie. Deswegen machen wir das ganze Thema ja heute. Genau. Das ist der Überhänger. Der Aufhänger. Der Überhänger. Der Überhänger. Der Überhänger. Ihr Überhänger. Du bist so der Überhänger. Ich bin der Überhänger einfach. Low Performer Lenny ist wieder. Low Performer Lenny ist wieder am Start. Wie mache ich möglichst wenig Arbeit? Deswegen machen wir das Thema. Fallout startet jetzt am 12.04. auf Amazon Prime. Ist die Serienumsetzung des Fallout Gaming Universums. Ich glaube, Xenia hat keinen Teil gespielt. Nö. Aber Lenny, wie ich erfahren habe, hat sehr viel gespielt. Und ist auch hyped. Aber erklärt. Achso, sag du erst mal. Fallout ist eine Welt mit so einem Retrofuturismus-Look. Es ist eine alternative Geschichtserzählung. So ein bisschen. Und es spielt so ein bisschen in Zukunft. Im Jahr 2077. Aber alles mit so einem 50s-Vibe. Ja, genau. Es hat alles so einen 50s-Vibe. Aber die haben halt schon Roboter und so was. Und geile Computer. Und das ist alles sehr happy. Dann bricht da mal ein Krieg aus zwischen USA und China. Und dann gibt es eine Firma, die heißt Vault-Tec. Und die wollen Profit draus schlagen und bauen Vaults. Also Bunker 2.0, wo dann ganz viele Leute überleben können. Und dann kommt es tatsächlich am 23.10.2077 zum Atombombenabwurf. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. Und die Spiele haben Mitte der 90er angefangen. 97 kam Fallout 1 raus. Es gab vorher noch Wasteland, aber das ist beiseite. Und du spielst immer jemanden aus so einer Vault, der rausgeht und die Welt erkunden muss und trifft dann halt so die Überlebenden. Also spielst du 200 Jahre danach quasi. Die Leute waren 200 Jahre in diesem Bunkern. Und mit jedem Teil immer ein bisschen später. Mein Lieblingsteil ist Fallout 3. Dann kommt New Vegas. Finde ich auch sehr geil. Fallout 4 hat mir nicht mehr so gefallen. Und Fallout 76 gar nicht. Und die Serie deckt jetzt den ersten Teil ab? Nein, nein, nein. Das ist eine komplett eigene Geschichte. Es spielt auch in einer ganz anderen Gegend. Also Fallout 1 und 2 spielen in einer anderen Gegend der USA. Südkalifornien nämlich. Und Fallout 3 spielt in Washington, D.C. Und das spielt jetzt in Los Angeles. Und das sieht man auch, selbst auch nicht teilweise. Und erzählt eine komplett eigene Geschichte. Und hat tatsächlich viele Elemente von Fallout, von den Spielen drin. Also es gibt für alle was zu gucken, die die Spiele kennen. Auf jeden Fall. Okay. Die gute Nuka-Cola. Die Nuka-Cola gibt's auch, ja. Du hast auch schon reingeguckt, oder? Ich hab auch. Ich hab die ersten zwei Folgen geguckt. Ich bin nicht so krass unterwegs wie Marius, der das schon komplett geguckt hat. Aber okay. Ich hab die ersten zwei Folgen gesehen. Und ich bin ja ein riesiger Fan der Spiele. Und es hat mich komplett abgeholt. Also ich nehme an, es wird auch noch besser. Aber ich find wirklich, die ersten zwei Folgen sind so die Essenz von Fallout. Auch von den älteren Teilen. Also jetzt nicht nur von Fallout 4. Also es hat schon die Ästhetik der neueren Fallout-Spiele. Aber es trifft wirklich den Kern der Fallout-Reihe. Also dieses Gesellschaftskritische, aber mit so einem bissigen und absurden Humor und so viel Zynik, dass es so perfekt ist. Also es hat wirklich, die erste Folge fängt so dramatisch und wirklich bewegend an, wie kaum eine Serie, finde ich, so in den letzten Jahren so gestartet hat. Und dann direkt so ein Stilbohr und dann wirklich so viel Humor erstmal. Und dann wird so erstmal das Leben gezeigt in diesem Vault. und das ist so interessant, weil diese ganzen Leute, also die Protagonistin auch, sie hat ja auch immer nur diesen Vault gesehen und niemals das, was da draußen eigentlich stattfindet. Wie hieß dieser Film? Der letzte Gentleman. Kennt ihr den? Ach, der mit, der mit, ähm, 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 Brandon Fraser? Mit Brandon Fraser, genau. Ja, der ist auch ein bisschen seltsam. Der wohnt mit seinen Eltern in seinem Bunker und kommt dann raus und ist halt super erzogen worden und muss dann mit der Waren werden. Ah, klar. Das mal 1000 ist Fallout. Und würdet ihr sagen, dass die Serie sich lohnt, wenn man nicht die Spiele gespielt hat? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ja. Ich finde schon. Also, ich, ich, ich glaube, da hat man, hat man sehr gutes Mittelmaß, also eigentlich auch wie bei The Last of Us gefunden, ähm, dass, dass man eben für Leute, die die Spiele lieben, super viele Anspielungen irgendwie drin hat. Und nicht so aufs, nicht so aufs, nicht so aufs Auge getötet bekommt. Es ist so, es ist wirklich so, also da steht was im Hintergrund rum. Genau. Irgendwie so an einem TV, an einem Fernsehen wird irgendwas gesappt und dann siehst du eine Werbung für eben die Nuka Kuna oder so. Also es ist, äh. Ja, aber es wirkt wie so sehr intelligentes, so World-Bringing-Docs, nicht so, was eher auch wirklich realistisch im so Hintergrund läuft. Voll. Anstatt das auszustellen. Voll. Okay, aber dann, also irgendwie bin ich doch auch interessiert. Ähm, und ich finde, das klingt voll spannend. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn du mehr über die Welt von Fallout und diese sehr erfahren willst, wir haben eine komplette Kritik gemacht. Ja. Gestern. Und, ähm, interessant ist auch noch, ähm, dass man sagen kann, dass, äh, für die Regie und das Drehbuch Jonathan Nolan, also der Bruder von Christopher Nolan verantwortlich gewesen ist. Mit seiner Frau. Hätte er auch schon mal mitgeschrieben an Teilweise, ne? An Drehbücher mit Christopher. Ja, The Dark Knight. Und er hat die, ähm, Vorlage für Memento geliefert, also er hat eine Kurzgeschichte geschrieben und sein Bruder hat dann quasi... Er hat... Talentierter Mann. Seine Frau hat aber auch mitgemacht. Die haben jetzt so Pushing Daisies gemacht, äh, Burn Notice und sowas. Und die haben zusammen Westworld gemacht. Hm, sehr gut. Ähm, und jetzt... Jonathan und seine Frau. Ähm, der, der Jonathan. Ähm, und man muss auch sagen, äh, ich find den Cast auch sehr gut. Also, äh, Ella Pernell, die die, äh, Hauptrolle spielt, die auch in Army of the Dead mitgespielt hat. Ähm, sprich jetzt nicht unbedingt für sie. Ja, ja. Ähm, aber Kyle MacLachlan spielt mit, äh, Aaron Moten, aber... Walton Gorgans. Äh, ich find Walton Gorgans ist, äh, ist wirklich fantastisch. Das ist so'n, so'n Typ, der Name möchte ich euch nicht sagen, aber wenn ihr Walton Gorgans, äh, googelt, dann, 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 dann wisst ihr, äh, das ist so'n, so'n Schauspieler, dessen Namen kennt man nicht, aber man, man sieht ihn immer. Ah, man weiß, man weiß, man weiß, man weiß. Und, ohne zu viel zu spoilern, das ist die dramatischste Figur dieser Serie. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, die ist, äh... Und zeigt wirklich, wie vielseitig man den Charakter auslegen kann. Richtig. Also, das ist schon... Und, ich hab richtig Bock auf ein neues Fallout-Spiel. Also, ich bin, ähm, ich bin sehr hyped, denn... Weißt du wann? Äh, im, im April. Also, diesen April kriegen wir tatsächlich noch ein neues Fallout-Spiel. Äh, ne Mod für, äh, für Fallout 4 kommt raus, nämlich Fallout London. Und da wird halt gezeigt, was, äh, Fallout, ähm, eigentlich so, äh, so, was im Fallout-Universum in London abgegangen ist. Das ist eigentlich Bock. Da hab ich Bock drauf. Ich hab auch Bock. Ah, da muss ich das mal auspacken. Ich hab das auf der Playstation gespielt. Ja, und ich glaub, da kann's auch spannend werden, weil... Nächster Fallout kommt nach dem nächsten Elder Scrolls. Das heißt, innerhalb... Innerhalb 15 Jahren, wenn wir können, können wir vielleicht mit einem neuen Fallout rechnen. Das letzte... Elder Scrolls kam 2011 raus. Ja, ist geil. Und jetzt dauert's noch. Ja. Und danach kommt das. Naja, bis dann spiel ich noch was Fallout-Shelter. Aber niemand redet über Starfield. Niemand, niemand. Niemand. Äh, ja. Ja, kommen wir aber zu, ähm, etwas, ähm, gruseligerem. Uhuhu. Das erste Omen. Ja, das erste Omen. Das ist ein Prequel zu dem Film Das Omen von 1976. Das ist doch das, wo ich dir gesagt hab, hey, das ist ein Prequel zu Das Omen. Und du gesagt hast, hä, wie kann das ein Prequel zu Das Omen sein? Und es hat funktioniert. Ja? Es hat funktioniert. Es geht um eine junge Frau, die aus den USA nach Rom kommt, um da, ähm, als Nonne, assoziiert zu werden. Nicht allen, die, äh, was heißt denn das? Initiiert. Initiiert zu werden. Ihre Initiierung da zu erfahren. Und sie kommt, ähm, ähm, in so ein Kloster, wo, ähm, Kinder ohne Eltern aufgenommen werden. Aus dem Reisenhaus quasi. Und, ähm. Das ist wie so ein Quiz. Er ist als erstes, wie heißt nochmal folgendes? Und ihr, ähm, ihr gefällt es erstmal so ein bisschen und, ähm, mit den ganzen älteren Nonnen und sowas ein bisschen auffällt, dass da ein paar Methoden nicht ganz so. Koscher sind. Ganz so, nicht, nicht ganz so pädagogisch wertvoll sind vielleicht. Und dass vor allem ein Mädchen halt so ein bisschen sehr gegängelt wird, was die erzieherischen Maßnahmen angeht. Und dann geht's so natürlich, äh, um den Antichristen. Aber will ich nicht zu viel verraten. Und er geht halt tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass man ein gutes Prequel zu Das Omen machen kann. Das ist jetzt ja auch kein Meisterwerk, aber der ist großartig inszeniert. Der sieht aus wie aus den 70ern. Die haben die gleiche Schrift genommen. Der hat ein tolles Korn, der Film. Musik ist toll. Die haben sich super viel Mühe beim Kostüm auch genommen, äh, gegeben. Das haben die jetzt nicht aus den 70ern lehnt, sondern aus den 50ern. Dass das alles so einen, so einen noch stängeren Touch irgendwie hat. Aber es passt so gut. Es spielt so ein bisschen mit Studentenunruhen in dieser Zeit auch. Ähm, und, ähm, die ist wirklich, und Nell Tiger Free spielt auch super großartig. Die kennt man aus Game of Thrones. Die spielt, ähm, die Tochter von Cersei. Ah, wusste ich. Ach, krass. Okay. Ja. Die ist auch nicht so lange zu sehen. Ich wollte gerade sagen, der Name sagt mir jetzt auch gerade nicht. Die ist nicht so lange zu sehen, ne. Okay. Bille Nye spielt auch mit. Die geht hier auf Bootstour. Äh, ja. Ah ja, okay. Bille Nye kann ich mir gar nicht in diesem Kontext vorstellen, muss ich ehrlich zugeben. Nee, doch, es funktioniert. Okay. Funktioniert. Also, ja. Ah ja. Ja. Weil er hat ja so eine krasse Voice. Ach, ich lieb Bille Nye. Ja. Bille Nye ist so toll. Ähm, und ich war so überrascht und auch das Ende und wie das so nahtlos übergeht und wie, wenn man das oben kennt, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, es gibt ja auch noch ein Remake. Und es funktioniert irgendwie. Wie gesagt, kein Meisterwerk, aber es macht irgendwie Spaß und es ist, es hat einen ganz fiesen Jumpscare, muss man sagen. Aber auch so insgesamt hat er so diesen, diesen ... Aber macht mehr über Atmosphäre als über Jumpscare. Atmosphäre, genau. Okay. Es geht sehr über Atmosphäre und das Schauspielen. Und alter Schwede ist das Ding brutal teilweise. Also, ähm, da ist, also es wird beschrieben als Female Body Horror. Okay. Und sag mal so, danach möchte man, glaube ich, keine Kinder mehr kriegen, denn da sieht man Sachen. Und ich habe gesagt, Moment, Moment, die Kamera geht ja immer weiter auf gewisse Stellen. Moment mal. Oh. Das ist schwer, das geht jetzt ab. Ich glaube, das ist ab 16 freigegeben. Aber ich denke so, das habe ich tatsächlich bisher im Kino noch nicht gesehen. Okay, ich bin, oh, das Kino war sehr, sehr interessant. Aber der ist doch genau wie, äh, also, du hast ja den ... Es tut mir leid, das ist jetzt gerade ... Entschuldigung, das war mega, mega weirdes Timing. Meine Reaction war so creepy gerade auf deine Beschreibung. Ich bin so sorry, ja, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Aber der hat mich halt so ... Ich habe direkt ein Kino-Ticket. Du hast ja, äh, wie heißt der? Immaculate. 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 Genau deswegen ... Der andere italienische Film über eine Frau, die nach Rom fährt. Deswegen bin ich so interessant. Deswegen bin ich so interessiert. Ja. Ja, ich fertige dich. Nicht wegen irgendwas Creeping. Hi. Oh, okay. Das ist doch der Film mit Sidney Sweeney. Richtig. Und von Sidney Sweeney. Genau, der klingt nämlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also wirklich sehr ähnlich. Ich habe den ja halt nicht gesehen, aber ich habe mir sagen, das ist ein Story-mäßig sehr ähnlich. Und die Leute, die jetzt beides gesehen haben, von denen ich das gehört habe, die haben gesagt, das erste Open ist besser. Okay. Nimm das, Sidney Sweeney. Ich fand Immaculate aber auch ... Du hast mir den ja empfohlen, tatsächlich. Also ich würde den auch noch sehen. Wenn du das erste Open so feilst, klingt so ... Hey, es muss ja nicht immer alles gegeneinander laufen. So, ey, ich bin froh, wenn wir zwei gute Filme haben, die halt in diesen 70ern spielen. Und ich muss sagen, ich finde, das klingt auch sehr überraschend gerade, weil ich finde auch, dass dann ja dieses Genre sehr so ausgeleitet ist oder ausgelutscht. Transplantation ist ja wirklich so. Und auch, beziehungsweise auch mit diesem, ne, mit dieser Christentum-Ästhetik und sowas und der Antichrist. Also ich weiß nicht, wie oft man das schon gesehen hat, auch in so B-Movie-Horror und so. Von daher eigentlich cool, dass du dann sagst, das ist jetzt nochmal ein Film, den es sich sehen lohnt. Habt ihr dann die Oben-Reihe gesehen? Ich hab nur den ersten, also von 1976 gesehen. Der zweite ist auch ein Film, der dritte ist sogar mit Sam Neill. Und dann gibt's noch, ähm, Oben das Erwachen, glaub ich, kann auch TV-Filmen, wo dann der Antichrist ein kleines Mädchen ist. Aber der ist eher so, der ist nicht so gut, der ist nicht so gut. Umso erfreuter war ich über das erste Open, ja. Okay, hm, interessant. Aber wenn der Antichrist da ist, heißt es ja auch eher Back to Black. Oh Gott, renn! Ja. Das ist der nächste Film von unserer Liste. Back to Black ist, äh, der Film von Sam Tyler-Johnson, äh, der Frau von Aaron Tyler-Johnson. Da könnten wir jetzt auch nochmal ein ganz großes Thema aufmachen. Machen wir aber mal nicht an dieser Stelle. Johnsons. Ähm, die Taylor-Jonsons. Taylor-Jonsons. Ähm, und es ist ein Musik-Biopic über das Leben von Amy Winehouse. Ja, wir haben den alle gesehen. Ja. Und wir fanden den ja so semi, können wir jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube, ich fand den, glaube ich, sogar schlecht. Du fandst den wirklich schlecht. Weil es ist kein Musik-Biopic. Ich fand den okay, aber okay bis langweilig. Aber ich muss auch sagen, du warst auch ein größerer Amy Winehouse-Fan. Oder du bist ein größerer Amy Winehouse-Fan. Ähm, ich hab das Gefühl, das ist so ein typischer Fall von Biopic, wo eine Debatte danach losgetreten wird, ob das jetzt so, äh, wie viel Freiheit man sich nehmen darf als Regisseur, Regisseurin. Es kursierte dann auch so ein Video von Sam Taylor-Jonson, wo sie in einem Interview gefragt wurde, ob sie die Familie von Amy Winehouse mit einbezogen hätte. Da hat sie irgendwie gesagt, dass sie gerne Freiheiten haben wollte. Und dass dann so die Perspektive der Familie eher zweitrangig für sie war. Und da hat sie dann auch viel, so gab es viel Gegenwind deswegen, weil dann Leute in den Kommentaren irgendwie gesagt haben, ja, wenn du ein Biopic machst, dann solltest du dich für die Geschichte wirklich interessieren. Und auch irgendwie auf so historische Fakten oder sowas aus dem Leben der Person. und nicht was Eigenes spinnen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ne, wie genau das jetzt, an welchen Stellen sie gedreht hat, steht dann da auch nicht zur Debatte. Und das können wir jetzt ja hier auch nicht alles auflisten. Deswegen ist es ja immer eher ein Gefühl, ob man das Gefühl hat, es ist gut porträtiert oder nicht. Außer es ist jetzt wirklich was völlig falsch abgebildet. Genau, aber ich fand, auch hier hatte man das Gefühl, jo, es wird sehr stark auf ihren so Drogenkonsum gemünzt. Und es geht vielleicht weniger um ihre musikalische Karriere. Ich weiß nicht, ob es da euch auch so ging. Das kam mir auch viel zu wenig, dieser Kreativprozess. Und warum sie halt auch auf einmal so erfolgreich geworden ist und was sie ja nicht geleistet hat. Weshalb sie halt trotz ihrer relativ kurzen Karriere halt immer noch irgendwie als krasser Star gilt. Weil ich glaube, andere Leute mit kürzeren Karrieren oder mit längeren Karrieren werden weniger beachtet. Und das war ja auch schon eine Lücke, die sie hinterlassen hat. Und ich finde musikalisch, oh, du hast diesen Satz gesagt, da mach ich ein Lied draus und zack ist das Lied fertig. Und das fand ich ein bisschen traurig für den Kreativprozess. Finde ich auch. Ich finde, es kommen ja wirklich nur so drei, vier Songs, werden so richtig angerissen auch nur. Und Back to Black verkommt auch wirklich zu einer Montage. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Back to Black ist einfach ein extrem krasses Album und ein eigentlich eher nischiges Album, das mit Jazz-Einflüssen daherkommt und so erfolgreich war, dass man eigentlich auch gründen sollte, warum es so erfolgreich war und warum es das so einzigartig macht. Aber stattdessen erzählt man lieber, wie sehr Amy Winehouse gelitten hat. Und das finde ich dann sehr, sehr schade, dass die Marisa Abella spielt hier Amy Winehouse. Und sie macht das auch nicht so gut. Ich habe jetzt nämlich sehr viele TikToks und Videos im Internet gesehen, die so verglichen haben, wie die beiden waren. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich meine, so muss man sagen, ist es auch schwierig, Amy Winehouse, glaube ich, zu imitieren, einfach weil sie so eine einzigartige Stimmfarbe hatte und auch Art und Weise zu sprechen, auch mit dem Akzent, so in dem Englischen nochmal. Und ich finde, dass sie das schon okay macht, aber an ein, zwei Stellen musste man, also war ich auch aus der Immersion geworfen, weil ich kurz war, okay, klang das so? Oder war das, in der Stelle, in dem Song, sollte sie das so betonen? Aber ja, ich kann nachvollziehen, wie so Leute sagen, es ist eine Fehlbesetzung vielleicht. Oder zumindest, es ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, und dann kann man auch generell fragen, warum gibt es diesen Film? Also so, ich finde, Amy Winehouse ist ja auch einfach noch gar nicht so lange her. 2008 ist sie gestorben. 2000, ja, und 2011? Guck nach mal. 2011, oder? Michael Jackson ist 2009 gestorben. Das weiß ich auch, das weiß ich auch. Okay, dann muss es 2011 gewesen sein. Ja, wo ist denn der Kurt Cobain-Film? Ja, genau. Der hat ja auch gerade den Jahrestag gehabt. Ja, also es ist, ich weiß es nicht. Also ich frage mich generell, warum gibt es diese 08-15-Musik-Biopics? Es gab ja, ich habe ja Anfang des Jahres schon One Love gesehen, den Film über Bob Marley, und der war auch echt nix. Und dann gibt es ja auch noch Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, der war auch nix. Also der ist auch sehr schlecht angekommen. Ich möchte noch mal betonen, wie schlecht Bohemian Rapsy doch eigentlich wirklich ist. Ich habe dem acht Punkte gegeben, aber die Länge zu machen, denke ich, möchte ich sagen. Das ist ein Fehler deiner Jugend. Ja, weil er so viel an der Geschichte dreht, was halt wir jetzt auch hier Back to Black vorgeworfen haben. Und es ist einfach, nein. Nein. Und alle Leute feiern, das finde ich ja das Grausame. Und dann denkt, oh, so was? Nein. Ich finde es aber auch immer krass, dass man dann am Ende so eine Einzelperson hat, die dann natürlich mit Geld und so weiter am Rücken und auch natürlich mit irgendwie einer Vision oder so, aber dann so ein Film über dich dreht. Also du bist halt ja tot, du kannst ja nicht wirklich was dagegen sagen. Und dann ist es aber schon noch ein bisschen so dieses, das ist meine Interpretation von deinem Leben. Ich weiß nicht. Also entweder, ich finde tatsächlich, dass ich manchmal das erträglicher finde, wenn der Film einen viel künstlerischeren Anspruch hat. Ich hasse zwar Elvis von Bess Lerman, aber ich verstehe, dass man da sagen kann, okay, es ist so irgendwie abstrus teilweise, dass man da dann so ein bisschen dem Film mehr vergibt oder so vielleicht für so Ungenauigkeiten. Ungenauigkeiten, aber Blond fand ich auch ganz schrecklich. Es ist zwar kein Musikbiopic, aber der Film über Marilyn Monroe, ja, ist teilweise höchst fragwürdig. Der vorgibt quasi einen Biopic, das ist aber eigentlich auf einem fiktiven Schicht. Ja. Aber genau deswegen liebe ich den Film I'm Not There von Todd Haynes, der ein Biopic, also nicht wirklich ein Biopic ist, aber ein Film über Bob Dylan ist, wo es mehrere Interpretationen von der Figur Bob Dylan gibt, also dieser Kunstfigur, die er eigentlich geschaffen hat. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Film. Und jetzt kommt trotzdem ein Biopic über Bob Dylan mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Stimmt. Er darf alles singen jetzt. Ja. Diese Fotos vom Set habe ich auch gesehen. Oh, habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich mir mal erzählen. Ja, ja, das sieht auch. Also ich meine, er sieht schon ein bisschen aus wie ein junger Bob Dylan. Ja, gut, aber jeder, der ein bisschen hagerer ist, und dunkler Haarer ist irgendwie Bob Dylan, oder? Stimmt, aber ich habe mir letztens auch bei Lenny gedacht. Im richtigen Licht. Lenny ist das Gegenteil von Hager. Ja, okay. Aber ich, genau das meine ich nämlich, so ein bisschen dieser künstlerischere Anspruch auf Film und Biopic. Also das ist ein völlig gutes Beispiel von Todd Hayes. So ein Elvis-Biopic aus der Sicht eines Erdnisbutter-Sandwiches. Megageil. Ist das nicht dieser neue Film von Sophia Kupfer? Nee, aber ... Peanut Butter Jelly Time, the Elvis-Story. Ja, ich habe mir am Ende auch gedacht, Back to Black hätte es nicht gebraucht. Nee. Falls euch die drei Filme jetzt irgendwie nicht zu sagen, ihr wollt aber mal was Außergewöhnliches sehen, nächstes Wochenende, also jetzt nicht morgen, wenn Samstag, Montag, sondern danach die Woche. The Week After Tomorrow. Oder es ist The Week After. The Week After, genau, es ist The Week After. Ist das Fantasy Filmfest wieder mal in Köln, und zwar das kleine, das ganze Wochenende lang, beziehungsweise ist es das große oder das kleine? Es gibt ja Tausende. Es gibt ja mehrere, es gibt ja noch die Nights. Nee, es sind die Nights, es sind die Nights tatsächlich. Die Nights 2024 ab Donnerstag bis Sonntag gibt es diverse Filme aus bestimmten Genres, Horror, Sci-Fi. Crime. Crime wird gezeigt. Unter anderem Love, Lies, Bleeding, auf den ich mich wahnsinnig freue. Und Dings läuft, Late Night with the Devil kommt da auch. Ja. Unter anderem, und es gibt einen Haufen Filme. Und wir werden uns auch was dazu ansehen und werden auch einen Podcast drüber machen. Deswegen geht hin, schaut euch die Filme an, dann könnt ihr beim nächsten Podcast oder beim übernächsten, der dann über das Fantasy Filmfest ist, mehr verstehen von dem, was wir sagen. Und es macht richtig Bock. Ja. Aber es ist nicht das einzige Festival, ne? Genau. Es startet unter anderem auch noch das Frauenfilmfestival in Köln und Dortmund. Und da kann man sich auch ganz viele spannende Filme anschauen von weiblichen Filmschaffenden. Da gibt es auch ganz spannende Sci-Fi-Filme. Animalia will ich mir auf jeden Fall angucken. Und genau, ich bin gespannt. Da werde ich auch ein, zwei Sachen mitnehmen. Das reden wir auch noch drüber. Nice. Und das werden wir, hast du das alte Meme nochmal ausgedrückt? Finde ich gut. Diese Folge war nice, hoffentlich. Und die nächste Folge wird ebenfalls nice. Wenn ihr aber jetzt noch mehr haben wollt, was ihr anschauen könnt, dann schaut doch hier gerne mal auf dieses Video von Atlas. Die haben sich auch mal ein bisschen mit was post-Akupakalyptischem, Endzeitstimmungsmäßigen beschäftigt. Nämlich ist das der absurdeste Krieg der USA. Oder ihr schaut euch ein anderes dystopisches Video von uns an, nämlich die Fallout-Kritik von Marius. Die ist auch sehr, sehr gut ausgefallen, oder? Ja. Gut. Das wär's von uns. Beim nächsten Mal hört uns doch auch gerne wieder zu. Und das wär's von uns. Vielen lieben Dank. Danke euch. Macht's gut. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.